Meine Lieben, ja, ich drehe hier alle Horoskope für Seelenpartnerschaft, ja. Was ist bei deinem Gegenüber los, ja? Dann wirst du hier hoffentlich in Resonanz sein, ja. Das kann nicht alle betreffen, ja. Aber wenn du das Gefühl hast, ja doch, er verhält sich so, die Entwicklung ist wirklich so, was passiert in der Vergangenheit, dass er lebt in Gegenwart oder in Zukunft, dann bist du hier dabei, ja. Hoffentlich, das ist eine allgemeine Erlegung, ja. So, meine Lieben, bitte, gleich Vergangenheitskarte, danke. Danke. Die haben sich gezeigt. Danke. Und Sternzeichen werde ich am Schluss aufdecken, das ist eine Karte für dich, der zuguckt, ja. Wie es weitergeht, ja. Ja, die Leute, das ist okay. Dann die Zukunftskarte, danke. Danke. Die sind aber schnell gekommen, ja. Ja, hier ist eine, noch eine Botschaft für den Seelenpartner, ja. Zusätzliche. Wie ist die Entwicklung dieser Seelen? Ja. Hier. Ja. Ja. Das werde ich nachher, und das ist Zukunftskarten bei deiner Seele. Das ist bei Ihnen der Liebe los. Okay. So, meine Lieben, dann beginnen wir, ja. Ich liebe dich in der Vergangenheit. Ich liebe dich in der Vergangenheit. Konzentriere dich auf die Liebe. Handel so, als ob dein Partner da wäre. Gegenwart. Empfänger mit Liebe und Wertschätzung. Drücke Liebe durch Geschenk aus. Sei authentisch du selbst. Ruhe und Erholung sind entscheidend in Zukunft. Schau dein Muster in Beziehungen an. Vertraue deine innere Kraft, ja. Also, was ich hier sehe, ja, diese Seelen, Steinzeichen, werde ich am Schluss machen. Ich liebe dich. Das sind sehr wichtige Worte, ja. Also, dieser Mensch, ja, bis er sagt, ich liebe dich, ja, muss er 100%, nein, 300% sicher sein. Konzentriere dich auf die Liebe, ja. Suche bei jedem Menschen in deinem Leben die gute Eigenschaft. Ja, das war auch ein Thema bei ihm in der Vergangenheit. Handle so, als ob dein Partner da wäre. Gleich, ob du jemanden in deinem Leben hast oder nicht. Handle so, als er ist schon da, sodass du ihm alle Dinge mit berücksichtigst, ja. Er hat sich sehr jemanden gewünscht, ja. Er hat sich sehr in Gedanken, Emotionen ebnen, ja. Auf diesem Level hat sich diese Sache manifestiert, was Liebe anbelangt. Nicht ohne, ja. Ein glückes, äh, eine, äh, sehr, ähm, kluges, kärlechen da, diese Seele. Sie weiß, wie, kann auch sein, dass sie unbewusst das machen. Wörter manifestieren, Sachen manifestieren. Er glaubt an so Sachen, ja. Empfang, also Vergangenheit, Gegenwart. Empfangen mit Liebe und Wertschätzung. Etwas liebevoll von anderen anzunehmen ist auch eine Art Liebe zu zeigen. Also, jetzt in Gegenwart, ja. Er liebt es, wenn du auf ihn zugehst, ja. Drücke Liebe durch Geschenk aus. Gib jemandem ein kleines Unterpfand deiner Liebe. Er möchte dich auch geben, ja, nicht nur empfangen, ja. Sei authentisch du selbst. Sage echt und ehrlich, wer du bist und was du empfindest, ja. Ja, das ist ein Gegenwart, er wird sich ausdrücken. Wenn er nicht, ähm, äh, wenn er nicht, äh, wörtlich, ja, ähm, dich sagt, kommuniziert, aber wird durch Daten das zeigen, ja. Gegenwart, Zukunft. Ruhe und Erinnerung sind entscheidend. Wir müssen an unbedienem mal eine Pause machen. Also in Zukunft, meine Liebe, kann es sein, dass er sich zurückzieht, ja. Ja, schau deinen Musen, Beziehungen, er reflektiert über sein Liebesleben, ja. Und er braucht diese Pause, nicht verschrecken. Wenn ihr jetzt hier, ja, er eine eine Schritt auf dich zugeht, ja, und in Zukunft sich zurückzieht, ist wegen Riss, ja. Vertraue deine innere Kraft, du bist stark, als du glaubst. Aber für diese Stärke von Liebe braucht er Pause, er braucht, er ist alles zu viel. Ja, und das kommt in Zukunft, ja. Was ist noch hier? Gewöhnlichkeit ist auch ein Thema. Gewöhnlichkeit bei dieser Seele. Meine Liebe, was ist bei ihm, was waren drei Karten in der Vergangenheit bei diesem Mensch? Was war dann nicht los? In der Vergangenheit. Danke. Ja, danke. Das war's, ja. Also, in der Vergangenheit, ja, braucht er Zeit, bis er in eine Verbindung geht, eine Beziehung. Er ist sehr übervorsichtig, dieser Mensch. Damit er in eine Beziehung geht, ja, braucht er sehr lange, ja, Schnecktempo. Gegenwart. Drei Tatenpücher. Er ist unentschlossen, ja, unschlüssig. Was Liebe abbeamt. Und er ist ein Mensch, was Liebe, Gefühle anbelangt, weil ich sage ja, die Kommunikation ist bei ihm no go, ne? Also, no go, nicht Negativart, er kann kommunizieren über die Liebe, über die Emotionen, Gefühle, dieser Mensch kann das nicht. Er zeigt durch Taten. Die Anziehungskraft ist da, ja, aber sei authentisch du selbst. Sage echt und ehrlich, weil du wissen, was du empfindest für dich, ja? Nur zuguckt. Für uns, aber das Ganze emotional erschöpfen, er erschöpft sich, ja? Zukunftslinie, drei Karten. Er tut sich lieber beschäftigen. Er zieht sich zurück, Vertrücktung. Er geht arbeiten und jetzt sowieso ist ein grosses Thema bei ihm in Zukunft, Finanzen, ja? Arbeit, ja? Entschuldigung, er stützt sich total in der Arbeit, ja? Deswegen, deswegen, Trennung, er zieht sich zurück in Zukunft. Seelenpartner, ja? Dies ist ein Seelenpartner. Ida, er sieht sich von dir zurück, von seinem Seelenpartner. Hier, Ruhe und Erholung, weil er ist erschöpft jetzt, obwohl Erziehungskraft ist ja da. Er ist noch unentschlossen. Ruhe und Erholung sind entscheidend, wir müssen alle unbedingt einmal Pause machen. Er stürzt sich, er beschäftigt sich, ja? Er geht am Tag zwölf Stunden arbeiten, damit er nicht an diese Verbindung denkt. Versteht ihr? Trennung ist nicht eine, einfach eine vorübergehende Trennung, muss nicht eine Trennung von ihm sein. Er zieht sich zurück, das ist das, was ich gemeint habe, ja? Gegen dir über, zieht er sich zurück. So, was gibt es da noch für Gott schaffen, Zukunft, ja? Jetzt weisst du, warum dieser Mensch, warum der sich, ne? Zukunft, drei Karten für diese Seele da, Zukunftskarten, über die Liebe. Was ist da los? Was ist die Entwicklung in der Liebe, ne? Drei Karten bitte. Vertrauen. Diese Situation fordert dich auf, dich in Geduld zu üben. Also, Vertrauen spielt einen grossen Faktor bei diesem Menschen. Gib dir Mühe, er wird sich Mühe geben. Große Liebe ist es wert, dass du deine innere Führung folgst und entsprechende Schritte unternimmst. Es kommt, aber deine Seelengefährte herbeirufen, deine Gebet, Affirmation und Visualisierung, helfe euch zusammenzubringen, das ist diese Affirmation, Manifestation, innerlich. Ich glaube, dieser Mensch macht das unbewusst, er ruft nach dir. Seine Seele ruft nach dir, wow, ja? Und, Entschuldigung, eine Botschaft für dich, wo zuguckt, er wird sich bemühen, aber Vertrauen spielt eine grosse Rolle. Er muss sicher sein, diese Undurchsichtigkeit, ja, spielt sich ja hier im Gegenwart, ja? Jetzt eine Botschaft für dich, meine Lieber, wo zuguckt, ja? Antwort der Engels, ja? Was sagen sie noch zu dir? Was sagen sie noch zu dir? Eine Botschaft, bitte, liebes Universum, die Erinnerung, wo zuguckt. Bitte andere um Hilfe. Du kommst zu deinen Antworten, ja? Du kommst zu deinen Antworten, bitte andere um Hilfe, ja, in dieser Situation. Mach nicht alles allein mit dir raus, ja? Und was ist das für ein Stellzeichen hier in der Seele? Schütze, Sagittario. Schütze, ja? So, meine Lieben, das war, bis zum nächsten Video, komm mit der Lose. Schütze, sagittario. 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 Untertitelung des ZDF, 2020